Ah, Tag, Frau Orbel. Guten Tag. Ich glaube, ich habe Post für Sie. Äh, doch. Sagen Sie mal, stimmt das eigentlich, was die Leute so erzählen? Was denn? Ja, dass Ihr Mann das ganze Jahr über auf See ist und nur einen Monat im Jahr zu Hause. Ja, das ist wohl richtig. Ja, dann müssen Sie aber doch fürchterlich leiden. Wieso? Ist halt so schlimm. Ein Monat ist ja schnell vorbei, nicht? Guten Tag. Ist gut. Ein Martini. Was kriegen Sie? Ich kriege einen strammen Max. Na, schauen Sie mal woanders hin. Liebling, weißt du, was heute für ein Tag ist? Nee. Heute sind wir auf dem Tag zehn Jahre verlobt. Na und? Es ist doch kein Grund, seinen Fackelzug zu veranstalten. Im Aufzug. Eigentlich könnten wir jetzt heiraten. Was meinst du? Können schon. Aber glaubst du, dass uns leider nimmt? Sagen Sie mal, können Sie sich noch an den ersten Streit mit Ihrer Frau erinnern? Naja, es war damals, dass sie auch unbedingt mit aufs Hochzeitsfoto wollte. Herr Ober. Ja, bitte. Kann ich bitte einen Zahnstocher haben? Im Moment sind leider alle besetzt. Ja. Ja. Kontrolle, die Fahrtausweise bitte. Danke. Die Fahrtausweise bitte. Danke. Die Fahrtausweise bitte. Und Sie? Ja. Ja. Ja.